Ich begrüße den Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalens, Garell Dün. Schönen guten Tag nach Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Wie sehr fühlen Sie sich eigentlich vor den Kopf gestoßen angesichts der Tatsache, dass Sie bis vor kurzem noch als Land mit General Motors in einer Arbeitsgruppe über die Perspektive für den Opel-Standort gesessen haben? Wir werden auch weiter mit dem Unternehmen in einer Arbeitsgruppe darüber sprechen, wie wir sicherstellen können, dass niemand der jetzt dort Tätigen in die Arbeitslosigkeit entlassen wird. Wir entlassen Opel oder GM nicht aus der Verantwortung. Wir müssen diese vier Jahre, die jetzt noch Zeit ist, in denen Autos noch gebaut werden, ganz intensiv nutzen. Und das Unternehmen muss dafür Sorge tragen, dass am Ende für alle Beschäftigten eine Perspektive dabei am Ende steht. Dann schauen wir doch genauer auf diese Perspektive. Mehr als 3000 Opelaner werden voraussichtlich ihre Arbeit verlieren. Wie können Sie diesen Familien Unterstützung geben? Zunächst einmal muss GM bzw. Opel noch einmal ganz klarstellen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben darf. Das würde schon einmal für Sicherheit sorgen. Und dann muss darüber gesprochen werden, erstens, was wird in dem bisherigen Werk künftig noch produziert? Es ist von Warenlager die Rede. Das wird alleine nicht ausreichen. Es wird aus meiner Sicht darum gehen müssen, dass hochwertige Komponenten dort produziert werden, wie zum Beispiel Getriebe oder Motoren. Damit lässt sich dann auch wieder Geld verdienen und hochqualifizierte Arbeit sicherstellen. Und dann wird es darum gehen, und das wollen wir gemeinsam begleiten, dass auf dem Werksgelände, auch auf den freien Flächen, die jetzt schon zur Verfügung stehen, sich beispielsweise Zulieferer oder andere Unternehmen ansiedeln können, damit dort Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen entstehen, für die dann eben nichts mehr übrig ist in dem eigentlichen Opel-Werk. Bochum ist allerdings natürlich mit dem Opel-Standort nur ein Puzzlestein im Ruhrgebiet. Und daher, und von dort gibt es ja immer wieder schlechte Nachrichten. Nicht zum ersten Mal 2008 hat Nokia geschlossen. Gestern hat eben Opel die Schließung angekündigt. Heute gibt es schlechte Nachrichten von Thyssen-Krupp. Wie steht die Politik eigentlich vor der Wirtschaft da? Sind Sie machtlos? Nein, überhaupt nicht. Und wir haben ja nicht nur diese Meldungen, sondern wir haben ja auch durchaus positive. In der letzten Woche sind wir gemeinsam mit dem Duisburger Hafen hier aufgetreten und konnten verkünden, dass durch Audi und ein Logistikunternehmen 500 neue Arbeitsplätze in Duisburg entstehen. Solche Meldungen schaffen es natürlich vielleicht nicht in die überregionalen Nachrichten, aber sind natürlich zeitgleich genauso wichtig. Es findet nach wie vor ein Strukturwandel statt in diesem Land. Es wird immer wieder Unternehmen geben, in denen Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber gleichzeitig passiert unheimlich viel Neues. Und nicht nur im Bereich der klassischen Industrie, sondern weit darüber hinaus, zum Beispiel in Bochum in der Gesundheitswirtschaft, das sind Jobs, das sind Arbeitsplätze mit einer ganz, ganz großen Zukunft. Und dieser Strukturwandel ist in diesem Land gelernt und deswegen werden wir uns auch künftig dem widerstellen. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass der Strukturwandel, der erfolgen muss, also die neuen Arbeitsplätze sehr viel langsamer entstehen, als auf einen Schlag Arbeitsplätze verschwinden. Aber wo sehen Sie die Stärken der Wirtschaft in der Region im Ruhrgebiet? Zum einen ist es eben die industrielle Produktion. Wir haben viele Facharbeiter, die dort hochqualifiziert arbeiten. Deswegen wollen wir darum werben, dass auch künftig im Bereich der Komponentenherstellung dort produziert wird. Wir haben dann einen ganzen Bereich von Produktions- und produktnahen Dienstleistungen. Da ist zum Beispiel in der Stadt Dortmund in den letzten Jahren Enormes entstanden, im Bereich der Dienstleistungen, sehr hochwertig, nicht irgendwie niedrig qualifiziert und schlecht bezahlt, sondern da sind ganz neue Geschäftsfelder entdeckt worden. Und nehmen Sie mal wirklich das Beispiel Dortmund, das ist die große Stadt in Deutschland mit 500.000 Einwohnern, die inzwischen am wenigsten Industrie hat, aber wo sich wirklich dieser Strukturwandel zu einem guten hat wenden lassen. Und das werden wir in den anderen Städten des Ruhrgebietes genauso hinkriegen, wenn wir mit den Unternehmen das zusammen in Angriff nehmen. Und deswegen darf GM, darf Opel in Bochum sich eben nicht aus der Verantwortung stehlen und sagen, in vier Jahren hören wir auf, sondern sie müssen jetzt zu konkreten Verabredungen kommen, damit eben so etwas wie bei Nokia, das ist eine ganz bittere Erfahrung gewesen, sich nicht wiederholt. Und inwiefern kommen Staatshilfen tatsächlich nicht in Frage? Staatshilfen sind hier jetzt gar nicht gefragt. Die Aussagen von Herrn Rösler haben überhaupt keinen Anknüpfungspunkt. Das war vor drei, vier Jahren, als es darum ging, ob Opel verkauft wird, ob Kredite genommen werden, ob Bürgschaften dann in Aussicht gestellt werden müssen. Eine gänzlich andere Situation. Jetzt geht es darum, nicht mit Staatsgeld, sondern mit Geld aus dem Konzern dafür zu sorgen, dass perspektivische Arbeitsplätze neu entstehen. Wir können das alles so machen, wie manche sich in Amerika das vielleicht vorstellen. Dann wird es richtig teuer. Dann wird es nämlich einen expansiven Sozialplan geben müssen. Ich finde nicht, dass das die vernünftige Vorstellung ist. Wir wollen keinen Sozialplan, auch keinen Sozialplan Deluxe, sondern wir wollen, dass wieder künftig neue Arbeitsplätze entstehen. Und dafür muss auch Opel dann Geld auf den Tisch legen, nicht der Staat. Und was ist mit den Schulden im Ruhrgebiet? Auch Bochum hat 1,3 Milliarden Euro Schulden. Auch das ist sicherlich für den Strukturwandel nicht besonders förderlich. Wir haben viele Städte, die in großen Schwierigkeiten sind, was damit zu tun hat, dass in Berlin ständig Entscheidungen getroffen werden, dass die Kommunen noch zusätzliche Leistungen zu erbringen haben. Und da, wo die Arbeitslosigkeit dann relativ hoch ist, auch über 10 Prozent, wie in einigen Bereichen des Ruhrgebietes, schlägt das dann besonders zu Buche. Die Kommunen kriegen eine Aufgabe nach der anderen aufgebürdet. Aber ihnen wird das Geld für die Erledigung der Aufgaben nicht gleich mitgeliefert. Und deswegen brauchen wir eine dringende Veränderung auch dieser Finanzströme vom Bund bis hinein in die Kommunen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Stärkungspakt der Kommunen auf den Weg gebracht. Das hat schon deutlich geholfen, aber es reicht nicht aus. Auch Berlin muss dort seine Hausaufgaben machen für die Kommunen, insbesondere im Ruhrgebiet. Es gibt am Samstag einen wichtigen Termin, die 50-Jahr-Feierlichkeiten für das Opel-Werk in Bochum. Die waren eben jetzt geplant. Wird es dabei bleiben? Sie sollten auch dort dabei sein? Ich werde auf jeden Fall dabei sein und werde mit den Beschäftigten dort den Stolz teilen auf 50 Jahre Automobilproduktion. Die haben ein Recht darauf, das zu feiern, ganz unabhängig davon, dass wir jetzt eine schwierige Situation haben. Aber es war immer auch eine klare Haltung des Betriebsrates unter dem Motto, jetzt erst Recht zum Ausdruck zu bringen, dass dort 50 Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet wurde. Das war übrigens damals eine Ansiedlung wegen des damaligen Strukturwandels, weil nicht mehr so viele Menschen im Bergbauarbeit gefunden haben, wurde Opel dort angesiedelt. Es waren mal 20.000 Menschen, die dort gearbeitet haben. Und das zu feiern und das nochmal ins Bewusstsein zu rücken, wie wichtig dieses Unternehmen und dieser Standort gewesen ist, das halte ich für ganz, ganz toll, dass wir das am Samstag dann auch gemeinsam so begehen. NRW-Wirtschaftsminister Garel Dün, herzlichen Dank für das Gespräch hier bei Phoenix.